Yo Leute, was geht ab? Willkommen zum zweiten Fahrt vom Let's Play von Asgard. Razz, Razz, wie auch immer das heißt. Und, ja, wir fangen genau da an, wo wir aufgehört haben. Ähm, was war hiermit nochmal? Ah, das hatten wir noch gar nicht gemacht gestern. Fein Ende. Sehr gut. Na klar, hier geht's raus. So, wie geht's hier weiter? Wir haben ja bisher auch gelernt, Schwerter zu werfen. Ja, es ist immer wieder da, okay. Ah, guck mal, jetzt kann man alles abschneiden hier. Ja, ja. Also das Werfen hab ich ja schon beim Training gesagt. Man muss viel tiefer... Scheiße, ich schneid's einfach ab, Mann. Kommt man nicht da hin? Äh! Äh! So. Ah. Okay. Ich muss immer gucken, dass ich hier, äh, weiter in meiner Mitte stehe. Was ist das hier? Muss der Typ hier sich draufstellen? Nein. Okay. Ach, warum werfe ich das? Okay, also. Ich muss die Tür irgendwie aufkriegen. Und er kommt hier natürlich wieder hin. Er kann klettern oder... ...was weiß ich, wie er da jetzt hinkommt. Ja, er ist wieder der Meister. Aber ich kann keine Plattform runtergehen. Muss er sich wieder irgendwo dranhängen? Ach, hier! Ja, man muss ab und zu mal gucken. Komm mal her, Bro. Das sieht so geil aus, ey. Oha! Oh! Jetzt kommen die ersten Kämpfe hier! Komm her! Oh shit. Erstmal auf Distanz hier. Bisschen noch viel. Ja, kommt her! Kommt her, ihr Giftdinger. Oh. Ich halte die erstmal auf Distanz, darum gehe ich einen Schritt nach vorne. Ich glaube, so viel Platz werde ich hier in meinem Zimmer noch haben. Zack! Guck dir das an, Junge. Ah! Man sieht sogar die Lebensanzeige. Erstmal schön auf Distanz. Ja, dies werfen, Alter! Komm her! Digga, ich darf nicht! Uuuh! Immer alles einsammeln. Digga. Nein, ich will das hier einsammeln, Mensch. Hä? Immer alles einsammeln hier? Keine Ahnung. Man hat unendlich im Dings. Deswegen nehme ich immer alles mit. So, hier steckt ja doch noch irgendwo was in der Wand. Ist das weg? So, machen wir mal die Truhe auf. Ist es hier drin? Was ist das? Silver Horror. Aber hier geht es doch gar nicht weiter, oder? Wo muss ich denn jetzt lang? So, ich kann den Typ jetzt hierher holen. Ach, da ist eine Plattform aufgegangen. Ja, dann musst du dann nochmal da dran. Sonst komme ich nämlich hier nicht wieder raus. Wir sind öffentlich. Zack. Hier ist es ja schon. Exit Tom. Das ist so heftig, Leute. Jetzt mit der besseren Bille, noch bessere Grafik. Wäre OP, Alter. Krass. Wir hatten ja also auf Max, ne? Ja. So. So. Ich hab mir erst mal abgeklatscht. Sehr gut. Was ist das hier? Ich hab mir da irgendwas runtergelassen. Wow. Also wenn man rückwärts geht. Tom of... Area discovered. Ah, hier waren wir doch drin. Hier muss ich ja jetzt nicht nochmal rein, ne? Ne. Das ist nix. Ich könnte jetzt wieder mich als Gott verwandeln. Was muss man denn machen? Open the tomb of Tocquetilse... Page... Ich und mein Deutsch, Alter. Äh, ich mach mein Englisch. Warte mal. Äh, wie kommt man denn jetzt... Questbook... Fischfudel. Agi, the samurai could use some near your visit. The blacksmith... Upgrade. Ich hab eben mehrere Sachen. Hm. Back. Main Quest. Ah, das ist die Main Quest hier in der Mitte. So, die haben wir jetzt auch getrackt. Achso, müssen wir da unten wieder hin, oder was? In Gottform. So, jetzt bin ich wieder dieser Gott. Nee. Guck mal, da hinten ist ja auch nur ne Truhe. Ey, wartet mal. Wenn ich schon mal der Gott hier bin... Kann ich sie jetzt hier nehmen? Und runterbringen? Guck mal, hier ist auch nur ne Truhe. Da muss man auch noch irgendwo hinkommen. Kann ich sie nehmen? Eigentlich nicht. Aber ihn könnte ich hier, das ist ja hier dran. Und dann kann ich hier hoch. Wahrscheinlich ist das auch ein Rätsel. Das hab ich jetzt schon mal gelöst. Aber sie kann ich jetzt nicht. Ne, kann die da runterklettern jetzt? Da ist ne Truhe. Wahrscheinlich. Was kann ich noch bauen? Da ist jetzt auch nur wieder ne Truhe, die offen ist. Äh, zu ist. Die hab ich eigentlich schon mal geöffnet. Digga, die Grafik ist so krank. Ähm, zurück teleportieren. So, mal gucken, ob wir jetzt hier... Oh. Ja, wir können jetzt hier runterklettern. Hä? Jetzt ist er doch wieder bei mir. Warum? Egal, er soll erst mal mitkommen? Hm. Weil da kann ich ihn jetzt nicht hinschicken, oder? Doch. Okay, mach ich gleich. Ich war da erstmal da hinten die Truhe. Geh du da schon mal an das Ding an. Hä? Kann er mir helfen? Aber dann stirbt er, oder? Okay, also an die Truhe kann ich noch nicht. Ist das denn ein Schalter oder so? Nee. An die Truhe brauche ich erst ein Schild oder sowas, was mich gegen Feuer schützt. Aber wie komme ich denn jetzt runter? Ich muss ja da unten wieder hin. Ach, da hinten. Ich muss da hinten runter. So, und jetzt gehe ich auf die Plattform. Und schicke ihn da hin. Jetzt werde ich wahrscheinlich hochteleportiert. Das ist so geil, ey. Es ist so geil, Leute. Lolli schunkeln, ein bisschen. Danke, Bro. Ey. Auch wieder irgendein Iron Ore. Und jetzt muss ich wieder runter. Achso, er muss einfach aufhören. So, warte mal. Und jetzt kann ich da hinten... Wie viel Leben habe ich eigentlich? Also anscheinend voller AP, sonst könnte ich es essen. Max selbst, da steht es auch. So, und jetzt kann ich da hinten so der Truhe. Es sieht so geil aus, Leute. Ich bin hier wirklich an einem Strand. Ihr wisst gar nicht, wie geil die Grafik aussieht. So, und jetzt muss ich wieder in die andere Form. Und jetzt kann ich doch einfach... ...das Stück, was ich da gerade reingemacht habe, wieder nehmen. Und einfach hier rein machen, oder nicht? Perfekt. Und wieder zurück. Und jetzt kann ich so die Kiste. Oh, stimmt. Ich kann ja dashen. Das habe ich ja noch gar nicht benutzt. Sieg aber, hier sind so viele Sachen. Broken Turtleshell. So ist man das gleiche Spielchen natürlich nochmal zurück machen. Da liegt auch noch irgendwas. Eine Flasche. Ach, Geld. Der Heider, ey. So, jetzt müssen wir das wieder umbauen. Allein das ist schon geil, Alter. Und wir haben ja noch gar nicht blocken gelernt. Es kommt alles noch. Irgendwann können wir uns verbessern. Aber bevor ich jetzt das hier weitermache, gehen wir da hinten dann noch an die Truhe. Alles immer mitnehmen. Aber gut, dass ich keine Motion Signals von diesem normalen gelaufen habe. So ein bisschen ab und zu, ne? Aber kein Problem. Ja, wusste ich doch, dass ich die schon geöffnet habe. Ah, warte mal. Wenn ich jetzt... Ich konnte ja so einen Typ mir machen. Mit einem Hai. Kann ich den jetzt auch irgendeinen Schildkrötenmenschen machen? Wie ging denn das? Dieser Knopf? Habe ich den jetzt irgendwie getötet? Wie ging denn das nochmal mit dem Hai? Hm. Irgendwie ging das ja mit dem Hai. Habe ich das denn nochmal gemacht? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich muss doch irgendwas... Ich konnte den verwandeln. Ich würde gerne wissen, ob das mit jeder Kreatur geht. Aber weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Egal. Irgendwann wird es nochmal vonnöten sein, wenn ich das nochmal lernen. So. Jetzt sind wir wieder hier. Da müssen wir überhaupt hin. Open the tomb. Wo? Gibt es eine Karte? Es gibt noch eine Karte. Warte mal. Wo bin ich hier überhaupt? World Map disabled by Loki for training. Fuck. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich für Dinger? Wartet mal. Okay. Das können wir anscheinend noch nicht erstellen. Aber wir können ihn... Ne, der fehlt auch noch. Fehlt auch noch. Warte mal. Fehlt. Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Oh, man kriegt Bogen und sowas alles noch. Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir alles nicht. Tränke. Ich klicke mal alles weg. Was ist hier noch? Feinlamba könnten wir. Also, was normal ist, machen wir dann irgendwie Dings. Wir machen mal jetzt. Wie geht denn das? Track. Recipe. Untrack. Hä? Und wie können wir das jetzt machen? Einmal alles wegklicken hier. Alles. Hm. Ich bin gerade überfragt, was ich machen soll. Müssen wir doch eher sein hier, oder was? Was müssen wir denn machen, verdammte Scheiße? Oder hätte ich da rein gemusst? Oder da rein? Oder da rein? Hm. Also, hier ist ja nix. Ich weiß nicht, warum das blau leuchtet. Aber hier kann ich verdammt nochmal nix machen. Wir gucken jetzt nochmal. Hier ist auch nix. Da ist das Ding weg. Oder war das der erste hier, wo wir drin waren? Egal. Wir können es nur ausprobieren. Hier oben war jetzt noch einer. Jetzt muss ich wieder hoch. Was ist das hier? Nix. Also, irgendwie ist es da oder da oben? Wie hieß der denn hier? Ah, the patient. Ja, hier müssen wir rein. Okay. Also, alles, was ich jetzt gerade gemacht habe, hätten wir gar nicht machen können. Ja, wir müssen gucken, wo ich stehe. Ja. Siehst du? Ah, okay. Und dann hat er nämlich so ein Schild und kann das Feuer blocken. Ah, okay, 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 okay. Jetzt lernen wir das. Geil. Also, wir sind immer noch im Tutorial. Geil, 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 geil. So. Zurück. Und zur Schildkröte. Guck. Krass. Aber man kann immer nur ein. Alter, Digga, Junge, du siehst so geil aus. Bruder. Ja, gib mir keine Faust. Das ist der Wichser. I am the impreakable shield. Ah, jetzt. Point at a fire trap. Ja, genau, jetzt ist es das. Nämlich was er kann. Return to your godly form and search the shore for a new follower. Ja, er weicht aus. So, warte mal. Aber bevor wir jetzt da reingehen, will ich da hinten diese Truhe mit dem Feuer. Das war jetzt wieder ein Umweg, aber wir wollen ja alles hier erkunden. Einmal runter. Und jetzt. Ihn davor stellen. Alter, sieht der geil aus. Ja, sorry. Hey, sieht das geil aus. Was ist das? Heftig. Leute, es ist so, als wenn er vor mir gerade so ein Ninja Turtle ist. Okay, reicht, Bruder, komm. Habe ich doch schon längst, oder nicht? Was ist meine Aufgabe? Upgrade Holder. To an Elite Defender. Ich muss jetzt hier weiter, oder nicht? Ich habe doch hier schon einen anderen. Ah, jetzt geht's weg. Du kommst, du geimpressierst, meine Pupil. Ich werde sie hier verhindern. Wow! Woa! Du hast dich hollet von einem großen Krieg. Wie bei einem 5-jährigen? Ja, was sie für eine Stärke? gib ich hab dich gleich so jung nix drin immer liegt da noch was komm mit oh shit sind das hier fallen lösen wir die falle aus ach jetzt kann ich hier swappen ihr sollt angreifen jetzt brauche ich ihn wieder du sollst das dann machen danke vielleicht das nächste bitte jetzt warte mal wenn ich hier drauf trete gut ja da ist überall nicht was drin ist hier ein mal blocken bitte und den rest kann nicht alleine da muss ich nur aufpassen dass wenn es hier nochmal dasselbe wir eine sache blocken blocken ach so kann er das nicht blocken weil das hoch und runter geht er kann das blocken also muss ich nur auf dem achten hier perfekt perfekt und und Das hat, glaube ich, bestimmt nicht jeder gesehen, dass man dagegen schlagen kann. Kleinen Geheimgang. Ich kriege immer den falschen Knopf für mein Schwert. Sorkotil, der Patient. Ein Warrior, der schieft mit 1000 Blut. Sein Geheimgang war impenetrable. Er war wie ein Mountain in der Krieg, ungewöhnlich. Rattenschwanz, wichtig. So, was haben wir denn hier jetzt? Ach so, wir waren jetzt erst in der Haihöhle für das Schwert. Jetzt waren wir in der Schildkrötenhöhle und kriegen jetzt unser Schild. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich den Sinn. Jetzt verstehe ich den Sinn. Jetzt trainieren wir wahrscheinlich das Schild. Ey, das ist ein wahnsinniges Game. Alter, hier ist die Grafik geil. Hier ist die Grafik nochmal schärfer als überhaupt in der Open World. Okay. Grab the Schild from your left side. Ach, left side back. Ach, über den Rücken. Das ist so geil. Das heißt also, gleich kann ich beides machen. Okay, das ist krass. Wenn ich jetzt kein Kabel hätte, wäre es noch geiler, ne? Die neue, irgendeine... Ah, wenn er angreift, muss ich pushen. Perfekt. There you go. Okay, ich übertreibe. Geil. Jetzt kann ich mit blocken. Das sieht so krank aus, Mann. Oh, shit! Man muss natürlich jetzt... Ich muss natürlich erst mal noch alles lernen. Diese Hand-Dings-Koordination. Oh, da kann ich noch mal einigen gehen. Noch mehr? Wow! Oh! Oh! Oh, schade. Ich dachte, man kann das auf ihn werfen. Ja gut, die sind aber nur leicht. Digga, er backt da ein bisschen rum. Ich habe ganz geschafft. Alles natürlich immer einsammeln. Ganz, ganz wichtig bei dem Game. Digga, wo ist der Besse, Junge? Ist das krank, oder? Ist das heftig, Junge. Wir sind gerade mal bei zwei... Oh, jetzt kommen wir mal ein paar mehr Schlachten hier. Ja, verbrennt. Verbrennt, ihr Hunde. Bisschen dunkel hier. Oh, shit. Die Dinger bewegen sich ja. Ähm, ich würde gerne... Warte mal. Der untere muss geblockt sein, ne? Ah, wir müssen gehen, wenn er bei beiden da gerade blockt. Sehr gut. Hier genauso. Jetzt muss man wieder warten. Ja, und die nächste Stufe ist jetzt einfach, dass man so einen Ball hat, der irgendwie ein paar tausend Euro kostet und darauf läuft. Wenn man da drauf läuft, dann braucht man halt nicht mehr einen Stick, sondern dann läuft man auch im Game. Das ist das nächste, dass man wirklich drin ist, ne? Dass man wirklich komplett drin ist. Oh, er ist auch mal ein bisschen haarig hier. Warum ist er so? Oh, ich muss mich erstmal neu positionieren. Ich sehe nichts hinter mir ist. Wer hält die jetzt mehr aus? Oder muss man die erst einmal blocken? Es ist mir ein bisschen dunkel gerade hier. Es war doch die ganze Zeit nicht so dunkel. Ja, er macht den Rest, oder? Wow, ey, Junge. Scheiße. Das habe ich ein bisschen AP verloren. Wie kann ich denn jetzt... Wie kann ich denn jetzt... Ah, hier kann ich jetzt schnell einen Apfel issen. Ups. Und noch einen. Hier sind wir wieder voll. Oh, was steckt da noch drin? Ach, das Schwert, was ich geworfen habe. Oh, da ist ja noch eine dicke Truhe, sehe ich gerade. Wie kann man da denn hin? Ah, jetzt brauche ich wieder den Hai. Ja, ich weiß. Darum will ich auch den anderen haben. Alter, und ihr seht, wie viele es hier gibt, wenn ich auf den draufhalte. Na gut, jetzt geht es gerade nicht. Ja, ich will es abbrechen. Ach so. Ähm, ihr seht, wenn man auf ihn draufhält, guckt mal, wie viele da noch kommen, Alter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stück. Krank. Ah, das kann man nicht kaputt machen. Weg damit. Ein Schlüssel. Mit God Key. Und raus hier. Find a way out. Okay, ich muss wieder zurück. Wo bin ich denn da oben? Hä, wie kommt man denn nach oben? Ah. So, ihn kann man nehmen. Muss ja das hier... Ach, da muss er hin. Ähm, zurück. I don't like being squeezed. Komm mal hin, Junge. Danke. Krank. Das Game ist... Jetzt kommen hier schon Gegner, Alter. Das ist echt so, Junge. Oh, das sind alles noch easy Gegner. I don't know how, but I will bring Tear down. He will pay for my brother. Digga, ist er da immer noch an dem Käfig? Komm her, Junge. So, hier haben wir jetzt den Schlüssel. Ich will es aber sagen, ich will nicht immer zu lange vor Erspielen. Immer so eine Stunde. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt war. Dann reicht das. Weil mir ist ein bisschen schwindelig. Weht mir noch. Aber das ist auch okay so. Ah, warte mal. Jetzt kann ich hier eine Abkürzung nehmen. Jetzt kann ich hier nämlich immer hochklettern. Schade. So, das war es wieder mit dem nächsten Part von Asgard Rays. Geil ist, geil ist Game. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Erstmal was futtern. Ich habe noch mal. For guests won't be saved in this time? Warum nicht? Weil ich gerade irgendwie eine Aufgabe bin, oder was? Wir müssen kurz mal gucken. Vielleicht muss ich hier doch nochmal rein. Ah, okay. Aber jetzt können wir speichern, hoffentlich. Oh, hier ist ein Schlachtfeld. Jetzt probieren wir das gleiche nochmal. Ah, ja, jetzt geht's. Okay.